So weiter geht es hier mit den Naruto. Jetzt kommt die Geschichte von Sabuza und Haku. Jetzt kommt die Geschichte von Sabuza und Haku. Jetzt kommt die Geschichte von Sabuza und Haku. Hakuza und Hakuza und Hakuza. Hakuza und 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 Hakuza und Hakuza. Hakuza und Hakuza und Hakuza und Hakuza. Hakuza und Hakuza und Hakuza und Hakuza und Hakuza. Hakuza und Hakuza und Hakuza und Hakuza und Hakuza. Hakuza und Hakuza und Hakuza. Hakuza und Hakuza und Hakuza. Zabuzha gedreht Ich werde das nicht verletzen! Ich habe keine Angst, aber... ...zabuza-san. Ich werde hier verletzen. Komm doch her, du! Sasuke, wollen wir mal sehen, was du drauf hast? Yeah! Nimm das! Haha, daneben! So! Ey! Nix da! So sieht das aus! Was? Eine ganz schöne Reichweite hat Haku. Unterschätze Haku, mein nicht! Ey! So geht das, mein nicht! Oh! Lol! Hey! Naruto noch mit verprügeln! Das passt schon! Ah, Mist! Oh, jetzt muss ich auch passen! Ah! Nicht gut! Yeah! So! Lol! Wie der nicht aufgibt! Das war schlecht vor mir! Das war so schlecht vor mir! Das war so schlecht vor mir! Ey! Aber ich habe eine Ninja-Infokarte bekommen! Obwohl ich das Spiel schon alle Gamers erreicht habe, habe ich jetzt einfach... Toll! Das wusste ich ja gar nicht, dass man auch verlieren muss, um was zu kriegen! Lol! Lol! Das habe ich aber nicht jetzt bei den Guides oder so gelesen, dass sowas geht! Oh! Oh Junge! So! Nimm das! Auf Mittel, ne? Gehen die irgendwie ganz gut ab. Also Ab Mittel machen die schon... Also da setzen sie sich auch schon gut zur Wehr. Oh Mann! Das stimmt nicht mit euch. So, jetzt mach ich mal ernst. Jetzt geht's ab. Worum machst du das, Haku? Oh, ja, ja. Mann, ey! Mann, der Scheiße! Ehrlich. Ey, was ist das für eine Scheiße mit Naruto? Ja, ey, so eine Scheiße, Mann! Das ist doch voll kacke, ey. Mann, ey, Mann! Mann! Komm her! Geht gar nicht klar. Ich hätte die mal abgehen müssen. Oh, ja, ey. Oh, Mann, Naruto, ey! Verpiss dich mal! Ehrlich, das ist so ein Knappel, ist das. Ja, genau! Alter, dass die KI beim Mittel so abgehen müssen, manchmal. Ehrlich, das ist echt affig. Mann, verpiss dich, Naruto, Mann! So, jetzt aber, Sasuke, jetzt bist du dran. Gar nicht dumm. Mann, haut doch mal an, Naruto! Ey, das ist so ein Pimmel, ey! Mann! So, nimm das, ey! Meine Fresse, ey! Ey, das kann doch nicht so schwer gewesen sein auf Mittel. Mann, ey! Oder ich hab mir das selber schwierig gemacht, keine Ahnung. Wäre ja nicht so, als ob heute ein Scheißtag gewesen wär. Aber okay, macht ja nichts. Ich hab mich nur ein bisschen... ...aufgeregt. Ein bisschen, ja, hört sich gut an. Aber manchmal, ehrlich, da BANG, ey, dann machst du sowas Ist halt so, ist halt so, ja Gut, wir sehen uns aus dem nächsten Mal, Leute Also haut rein